Wusstet ihr, dass ihr an eurer Nintendo Switch Konsole ganz einfach eine USB-Tastatur verwenden könnt? Dafür nutzen wir einfach die USB-Ports, welche sich am Nintendo Switch-Doc befinden und können die Tastatur dann anschließend wie am PC nutzen, um so beispielsweise im Chats oder auch im Browser der Switch deutlich einfacher Texte einzugeben. Schreibt mir gerne in die Comments, ob ihr diesen Fact schon wusstet und auch gerne, ob ihr bereits eine Tastatur auf eurer Konsole genutzt habt.